Hallo und herzlich willkommen beim Divespot Checker. Diesmal ein Thema aus gegebenem Anlass. Ich habe es diesmal auch geschafft. Kratzer im Dom. Wie ich es geschafft habe, weiß ich nicht mal. Mir ist es nur hinterher aufgefallen, als der Dom trocken war, dass ich genau oben in der Mitte ein circa 1 cm lang Kratzer hatte und der so tief war, dass wenn man mit dem Fingernagel drüber gegangen ist, dass man ihn spüren konnte. Das heißt, man hat ihn auch auf meinen Bildern gesehen. Es war zwar nur ein ganz leichter Schatten, mittig im Bild, aber das will man ja nicht. Also habe ich mich dem Thema Plexiglas polieren etwas genauer angenommen und habe euch hier ein kleines Video zusammengestellt, wie ich meinen Kratzer aus meinem Dom entfernt habe und wünsche euch danach viel Spaß beim Nachmachen und euren Dom wieder auf Hochglanz zu polieren. So, ich denke, man kann den Kratzer hier im Dom ganz gut erkennen. Es ist so, dass er wirklich grenzwertig ist. Wenn ich dunkle Fotos schieße, sehe ich so einen ganz leichten Schatten, aber ich habe mir gedacht, ich versuche ihn jetzt einfach mal wegzukriegen. Wie gesagt, der eine oder andere wird sagen, komm, das geht noch. Also das ist noch nicht so, dass man was machen muss, aber ich bin der Meinung, ein Versuch ist es wert, ihn wegzukriegen. Mein nächster Schritt wird jetzt sein, das anzufeuchten, den Bereich des Kratzers. Dazu nehme ich einen Glasreiniger und dann werde ich mit verschiedenen Schleifpapieren, ich habe hier also zum Beispiel ein 3000er und ein 2000er, dazu habe ich eine Kunststoffpolitur und natürlich noch ein super weiches Poliertuch. Damit sollte es eigentlich klappen, dass man den Kratzer unsichtbar bekommt. Wie gesagt, das A und O ist es, es muss nass geschliffen werden. Dazu wird hier aufgesprüht, auch das Schmökelpapier ein bisschen nass machen und dann mit leicht kreisenden Bewegungen um den Kratzer herum. Schleifen und ganz wichtig ist, immer wieder abtupfen, um zu sehen, wie der Fortschritt ist. Man sieht es im geschliffenen Bereich deutlich besser, wie es mit dem Kratzer aussieht. Ich kann ihn hier noch ganz leicht erkennen, aber es wird schon deutlich besser. Und immer wieder nass machen, damit das Schleifpapier auf dem Wasserbett schwimmt. Gut, jetzt kann man sagen, der Dom ist verkratzter als vorher, ist aber auch logisch, weil wir haben natürlich jetzt ein bisschen was runter geschliffen. Das war jetzt mit dem 2000er Schleifpapier. Als nächstes nehme ich jetzt ein 3000er und damit werde ich im Prinzip den ganzen Vorgang wiederholen. So, das heißt, wieder anfeuchten. Auch das 3000er Pad angefeuchtet. Und jetzt geht es wieder in kreisenden Bewegungen über die vorher angeschliffene Stelle. So, jetzt ist das Ganze in 3000 geschliffen. Und wie man sieht, man sieht keinerlei Kratzerspuren in dem Feinschliff. Das heißt, meine tiefen Kratzer sind weg. Und ich kann jetzt mit einer Kunststoffpolitur den Dom aufpolieren. So, dazu nehme ich eine Kunststoffpolitur. Die ist zum Beispiel jetzt speziell, um Autoscheinwerfergläser zu reinigen, beziehungsweise um da die Kratzer rauszukriegen und ein extra weiches Lackpoliturtuch. So, in meinem Fall nehme ich etwas Politur auf den Finger und verteile sie in dem Bereich, in dem ich geschliffen habe. Auch hier wieder kreisende Bewegungen, weil die Politur natürlich sofort mit dem Polieren beginnt. Sprich, die Partikel, die da drin sind, schleifen auch wieder. Und das beste Ergebnis sind einfach immer leichte kreisende Bewegungen. Den höchsten Poliereffekt hat man natürlich mit leicht angetrockneter Politur. Deswegen, nachdem ich jetzt hier meine Politur schön verteilt habe, werde ich das Ganze etwas antrocknen lassen und werde dann mit meinem super weichen Tuch über den Dom rüberpolieren. So, versuche ich das jetzt mal hier in Echtzeit vor der Kamera zu polieren. Wie gesagt, ich nehme hier mein super weiches Vlies und dann auch wieder in kräftigen kreisenden Bewegungen über den Dom polieren. Und siehe da, ich muss ganz ehrlich sagen, das Ergebnis ist noch besser, als ich es erwartet habe. Also, wir haben wieder einen hochglänzenden Schlierenfreien. Das Einzige, was man hier sieht, ist natürlich schon das Spiegeln von meiner Glasreinigerflasche. Aber ich denke, man erkennt es sehr gut. Ein absolut kratzerfreier Dom. Klasse, freut mich. Das heißt, ich kann jetzt wieder schlierenfrei fotografieren unter Wasser. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und schon ist jeder Kratzer nur noch halb so schlimm. Also, viel Spaß und gute Luft. Euer DiveSpot Checker.